Hallo liebe YouTuber, ich bin Ria von Eisblume und ich habe mich dazu entschieden, das Projekt 361 Grad Respekt zu unterstützen, weil ich es enorm wichtig finde, unseren Mitmenschen mehr Toleranz und mehr Respekt gegenüber zu bringen. Ihr könnt mitmachen, indem ihr ein Video dreht, ein Animationsvideo, uns eure Geschichte erzählt oder ganz einfach ein Musikvideo dreht, in dem ihr erzählt, wie euer Deutschland mit mehr Respekt aussieht. Egal, ob ihr es alleine machen wollt oder mit euren Freunden. Ich freue mich auf eure Videos.